Leute, es geht endlich los, wir haben heute Freitag, Just White ist angesagt und ich werde jetzt mal die Sachen packen und mich noch umziehen gehen. Let's go! Leute, ich habe mich mal umgekleidet, natürlich in Weiß. Jetzt bin ich am Sachen packen und zwar habe ich jetzt erstmal folgendes zusammen. Dann habe ich die Tickets, dann habe ich ein paar Socken, die will ich um die Seitenspiegel machen, ein Bettlaken für übers Auto, dann eine dicke fette Box, eine Decke, falls meine Frau friert. Ja, jetzt muss ich noch Getränke packen und ja, was wir so noch brauchen. Hier, Auto gepackt, jetzt geht's los nach Frankfurt. Wir melden uns, sobald wir dort irgendwas sichtigen. Wir sind angekommen, hier stehen schon die Schilder, aber vor uns ist schon eine lange Schlange. Jetzt müssen wir erstmal anstehen. Hier ist schon ein Hoop-Konzert. Unter uns stehen sie auch, Schlange. Jawohl. Jetzt sieht man die Bühne schon, aber jetzt müssen wir erstmal Schlangenlinien dahin fahren. Party Alarm! Die Besten stehen schon in der Reihe. Yeah! Wir sind angekommen, wir stehen drin, hinter uns, wir haben einen saugeilen Platz gekriegt. Ja, aber das ist in der Jahrhunderthalle ganz dahinter. So haben wir auch geschmückt. Weißer geht es gar nicht mehr. Und hier ist schon gut was los. Und da vorne ist die Bühne. Du sollst jetzt nicht FFH einschalten, ja? Weil die machen da, also verstehst du? Also wir sind jetzt nicht im FFH-Radio. Wir sind jetzt nur hier für euch. Darf ich vorstellen, Evren Geetzer. Und Daniel Fischer. Guten Abend. Hallo. Jetzt, 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 jetzt. Da müssen wir jetzt auch die Regel wiederholen, wenn wir so mal an... Oh, nicht mehr hupen. So. Okay. Da oben dann in die andere und dann gesagt, es kann aber auch nichts passieren. Es ist ab und in der Strasse nach oben kommen gleich kleine Konfettis rausgeflogen. Konfettis bereit und niemals im Augen zu zünden nachher, ja? Sondern auch nur draußen und wir freuen uns auf euch. Bis gleich! Jetzt gab es noch kostenlose Subway. Bis gleich! reinforced 5. 5. Welcome to SFR. Just right. Raise your hands to the sky. Tonight, on stage. You, not us. Feel it again. Close your eyes. Rain away. When life is easy. Remember this. Tonight, we are one. So let's sing. Let's sing together as one. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home. I was a king. I had a golden throne. Those days are gone. And now the memories on the wall. I hear the sound from the places where I was born. I bought the hill across the valley. That's where I had my first heartbreak. Take him, it's guaranteed for you. Don't you worry, don't you worry now. Don't you worry. It doesn't know it. That show. Dice of the Ellie. Herzlich Willkommen zu Just White 2020 in dieser außergewöhnlichen Version. Wir haben uns heute Abend hier an den Wechsel erwartet. Wir haben unter anderem hier bei uns auf der FFH-Bühne... Wir sind heute unsere Tanzflasche und ihr seid zum Partymachen da, zum Tanzen da, zum Abgehen! Wir sind heute Abend hier an der FFH-Bühne. Wir sind heute Abend auf der FFH-Bühne. 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10! Are you sure you're ready for this? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mach uns mal im Hintergrund drauf One more time One more time Celebration You were gonna feel the right The right Yeah Feel it One more time You just gotta be feeling so free We wanna celebrate Celebrate and dance I say I want it Yes Where are the hands? All the hands up there Carry it to your heart What did you say? I'm the eye of the war I'm feeling Baby bring me on Bring on Baby bring me on Bring on Baby bring me on Bring on I'm feeling so bad Me I want it Yes Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Will you release me with the kids? Jeder einen Das nicht, mir sagen wir noch nicht Denn wer hat sie jetzt an hier vor Kriegsehen? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. So schnell? Das hat doch gar nicht weh genommen. Dein T-Shirt-Verdenker. Der Montestag geht ab. Die Alt ist schon wieder kalt. Die Alt ist schon wieder kalt. Das ganze Auto voller Schnipsel. Aber nicht nur ich. Kommt nach vorne. Die Alt ist schon wieder kalt. Der Lorien wird dann sogar lift werden. Der stirring ist wieder kalt. Die Alt flere Daddy可以 ro nur schauen Wenn ich die Möge einst, keine Angstrebnisse Gehie! Gehie! Gehie mee Kivolowitz Gehie 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 mislukt Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was hatten wir für einen grandiosen Abend? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schade. 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 Ja. Schade. ist fertig hier sieht es aus die brauchen ich glaube mehrere container um das alles weg zu schaffen den ganzen müll wir versuchen jetzt irgendwie hier aus dem chaos mal rauszukommen ich nehme jetzt mal mit wenn wir rausfahren und sobald wir raus sind melden wir uns noch mal guckt euch mal an wie es hier aussieht da ist die schlange da müssen wir jetzt irgendwie rein da wieder raus fahren guck mal wir sind rausgefahren haben wir noch von subway cookies und cola energy bekommen aber es hat sich in grenzen gehalten hier rauszukommen es war gar nicht so schlimm ja jetzt haben wir noch ein thumbnail bild gemacht das war ein größerer akt weil es schon dunkel war und jetzt starten wir mal den heimweg wir sind angekommen so aus jetzt haben wir ja noch die geschenkten subway cookies püffchen ist eigentlich gar nicht gern cookies der macht das jetzt für euch zuliebe naja kann man also eigentlich kriege ich die cookies geschenkte gal guckt man ja ins maul war ein sehr sehr toller abend vielen dank nochmal an ffh dass ihr das trotzdem gemacht habt trotz corona und ich hoffe euch hat der film das ist ja schon kein video das ist ja schon ein film ich hab da hat euch gefallen und lasst den daumen nach oben da schreibt man die kommentare wenn ihr auch da wart und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder